Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Apex Legends Ähm, das letzte Video war Okay, gut, weiß ich gar nicht mehr Mal gucken, vielleicht kriegen wir heute mal wieder Töpfen Geh hin, jetzt Nichts für Ungut Ich brauche Energie Munition Oh, die hat schon eine goldene Rüstung, Alter Ich brauche Energie Munition Hier ist Energie Munition Sprung und Trieb unterwegs Geh, hier ist ein Schrautsflintenverschluss Stufe 3 Hier haben wir die Scout Vielleicht hab ich letztes Tag mit nem Kumpel gespielt Ey Junge, da wird die Kassier mit dem Ding Irgendwie schnell ist er denn? Hier ist ein Schärfschätztenschaft Stufe 2 Hier ist ein Schärfschätztenschaft Stufe 2 Wobei ist wahrscheinlich die erste, die wir nicht sterben wird Ich brauche ein erweitertes leichtes Magazin Also gut Achtung, es gibt eine neue Kielspitzenreiter Hier ist ein Standardschaft Stufe 1 Neue Kielspitzenreiter Interessant Ich bedanke mich nicht. Hier ist ein Laufstabilisator. Stufe 2. Sprung und Riebefassung. Ring aktuell in Bewegung. Bein, da drüben. Wir sind alle im Ring. Gut. Vielleicht bist du ja doch nützlich. NMS-Dev. Hier ist ein Feind. Schieße. Ich habe dich gehört. Jetzt wird eingekauft. Digga. Irgendwie. Hier ist ein Feind. Ich bin am Boden. Schieße. Ziel am Boden. Wow. Hallo? Komm hier rüber. Tschüss. Du solltest respawnen. Dann können wir das nochmal machen. Kein Kill. Es gibt Quests. Die doppelzüngige Schlange. Was ist das hier? Dasselbe. ... Aber es ist deruros, Okay. 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 Was ist das hier? Bruder. Na Digga. Ah. Schlau mal. Der schrullige Clown. Ich hab keine Ahnung was ich jetzt machen muss. Ist das jetzt Story Mode oder was ist das jetzt hier? Das erste Teil. König schlug bei Nacht. Der erste erste Teil. Jetzt haben die echten Story Modus reingepfnallt. Was ist das jetzt? Ich darf nicht mal Revenant spielen? Eines steht fest. Jemand wird sterben. Eigentlich spielen wir zu zweit oder? Was ist das? Ich hab ne P321 drin in Mozambique. Wieso kann ich Revenant nicht spielen? Okay. 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 Ich muss ein Teil beschaffen um diese ermüdende Scharade zu beenden. Abgeschlossen in. Was? WTF ist das? Okay. Was ist das hier? Was soll das jetzt? Was ist das hier? Was soll das jetzt? Was soll das? Was soll das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 verfügbarkeit oder verfügbar zwei tage 21 stunden also noch zwei tage 21 stunden kann ich das machen ok nein finde ich das ist ok doch zwei tage 21 stunden ok also eine art story haben sie jetzt eingebaut so heißt es nur schatzpakete sammeln aber wie soll das denn funktionieren ich kann nur ein schatzpaket anpassen ergo ich bräuchte ja fünf tage ja ja Was ist denn jetzt? wieso spricht er jetzt noch mal natürlich doch gar nicht ich will kein trios ja 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 ihre letzten sekunden schildfestungen das wichtigste ist nicht drauf zu gehen ich benutze schwere artillerie ich bin ich bin ich bin ich bin ein guter landeplatz sein ich mach dir mal jetzt wird geschockt und gerockt ich habe hier eine anpassung gefunden war er mit hier Achtung! Erster Treffer! Okay, ziehen wir es durch! Achtung! Ja, in Anpassung! Laufschock! Reduziert die Treue! die unnötigen hier ist eine optik schaffschütze rein nicht er ist schon alles geplündert wenn ich vergeben es gibt einen neuen kielspitzenreiter und ich bin es nicht genau hier ich bin es nicht ich bin es nicht ich bin es nicht ich bin es nicht Was ist das? Ich auf dir das Maul. Ich wollte mich lassen. Ich wollte jemanden lesen. Gerade nach. Nein! Der Alphard hat mich mit größerer Stärke gesegnet. Da war jetzt aber auch richtig Glück, ey. Ich bin der Alphard. Der Alphard. Der Weiterwann. Dieses Experiment wird die Fähigkeit von den kompetenten Trainern. jetzt fließt das ist euer champion und sind der andere tippe Dortlande! Sie, por favor! Diesen Teil liebe ich! Ja! Gues, das ist der Kuss. Wir haben den Kuss, das hat Reif! Neuer Kills! ..neuer Kills bitte weiter! Das hat Reif! Brawler das angehadern! Hier ist ein Scharfschützen Schaft, Stufe 3. Hier ist ein Schrotflintenverschluss. Stufe 3. Das gehört mir. Ich habe hier eine Sentinel gefunden. Die Werk haben wir noch einmal gebraucht. Die Prawler sind jetzt nicht dabei. Ich habe hier ein Evo-Schild. Stufe 1. 1. Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin. Stufe 2. Das nehme ich. Gut. Der Ring ist in der Nähe. Eine Minute haben wir noch. Veranstalten wir einen Massaker. Ich habe hier eine Anpassung gefunden. Doppelschuss Trigger. 45 Sekunden. Es reicht, wenn wir Gas zum Argen gehen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Der Ring ist um die Ecke und wir haben 30 Sekunden. Und die. Ich habe hier einen Körper-Schild gefunden. Stufe 2. Das kann ich auch. 10 Sekunden, bis der Ring sich schließt. Los, los, los! Nein, Ring schließt sich. Ring schließt sich. Ich muss ja gerne auf die letzte Minute. Aber so langsam sollten wir los. Neuer Killspitzenreiter. Angeber. Killspitzenreiter. Es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Nur ein weiteres Insekt, wenn ihr mich fragt. Digga, rennt doch nicht mal so weit vor. Da wird so einer, der direkt stirbt dann wieder. Muss schneller werden. Kernpakete wird ausgeliefert. Diese Kernpakete werden wahrscheinlich das Delta zu unseren Gunsten verschieben. Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin. Stufe 3. Das ist was für mich. Ich hätte gerne G7 Scout. Boah, da habe ich, äh, heute haben wir mal so zwei Runden rasiert. Natürlich nicht gefilmt. Kein Video gemacht. War richtig schlau. Was ist mit dem denn jetzt? Was ist mit dem denn jetzt? Was ist mit dem denn jetzt? Ich schlage vor, wir stellen in diesem Bereich einige Untersuchungen an. Schon gut. Ich habe ein Subjekt im Sichtbereich. Da draußen ist jemand. Feuer auf Subjekt. Da draußen ist jemand. Ich werde beschossen. Ich will jemand lebensmüde. Verstanden. Halt schmal. Die Falle ist aufgestellten Datenfolgen in Kürze. Platziere Gasfalle. Ich sehe immer noch alles. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Du bist doch schon kacke, weißt du? Du bist so kacke, weißt du? Halt zu denn jetzt Hier ist eine R99 Ach, das klappt noch Ziel gesichtet, da drüben Ja Hautanzug da Hautanzug da Da draußen ist jemand Hier drüben ist ein Sprungkissen Papa, 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 so Steher unter Beschuss Kontakt, da drüben Schneller, schneller, schneller Teure Eine weitere Variable Für die Laborrappen Hast du den gekillt, Alter? Lade Schilde auf Heide Die Schnee unter Beschuss Werde beschossen Schilde auf Wer gehst in der Nähe? Fünfundvierzig Sekunden Steher unter Beschuss Lade Schilde auf Noch dreißig Sekunden Noch dreißig Sekunden Ich folge auf sie Lade meine Schilde Schilde auf Ich bin auf mich Ich bin auf mich Ich bin auf mich Ich bin auf mich später ich sehe immer noch alles Hey Mein Sicht ist klar bitte lass meine Gas fallen Lade Schilder auf. Warfe Bogenstern. Bogenstern unterwegs. Feuer! Bogenstern unterwegs. Ich stehe unter Wäschers. Werde beschossen. Die Schilder werfen sich wieder auf. Jetzt geht's los. Die Schilder sind schwach. Bleibt hier auf. Ja. Die Schilder sind los. Die Schilder sind los. Die Schilder sind los. Die Schilder sind los. Heile! Was ist los? Ja. Hau dann so. Neuer Killspitzenreiter. Du bist der nächste auf meiner Liste. Ich stehe unter beschossen. Schuss. Ring ist in der Nähe. Soll er aufmachen? Nein. Nein. Ja gut. Jetzt sind wir jetzt gewonnen. Dritter. Dritter. Kein Kill. Naja. So. Tolle Leute. Ich hoffe euch hat es gefallen. Ja. Wäre echt cool. Und dann. Ähm. Ich bin mal gespannt wie das hier mit der komischen Story da weitergeht. Was das da soll. Ähm. Ich will dein Herz. Ja und dann mal gucken ne. Ich kann es kein Schlimm. Benötigt ihr Schatzpakete? Fünf. Wie viel habe ich denn? Ja mal gucken. Bis es weiter geht. Ja und wenn ihr Bock drauf habt dann seid ihr auf jeden Fall gerne beim nächsten Mal dabei. Wäre ich mich sehr überfreuen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt auch noch einen schönen Tag. Bis dahin und schönes Mittel. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020